Nachdem Sie sich auf die Lernplattform mit Ihrem Anmeldenamen und Kennwort eingeloggt haben, finden Sie mehrere Bereiche vor. Die Ordner erklären sich von selbst. Wir steigen gleich in das Modul Organisation, Managen, Schule, Leiten ein. Und so sieht konkret die Umsetzung des Moduls Organisation, Managen, Schule, Leiten auf der Lernplattform aus. Im oberen Block finden Sie sämtliche Termine des Moduls. Grün die Präsenzveranstaltung, gelb die Synchronseminare, in lila empfohlene Abgabetermine für die Einsendeaufgaben. Ein Informationsblock, Materialien, die Online-Seminare. Über diesen Link zum Beispiel gelangen Sie direkt ohne weitere Anmeldung in den Synchronkonferenzraum. Hier finden Sie sämtliche Aufzeichnungen vergangener Seminare. Im Leistungsblock werden wir jetzt mal eine Einsendeaufgabe abgeben. Einsendeaufgabe 1. Sagen Abgabe hinzufügen und wählen dann von unserer Festplatte eine Datei und schieben sie mit der rechten Maustaste in die Plattform und würden die Änderung sichern. Ich tue das jetzt mal nicht, sondern verlasse die Seite und zeige Ihnen noch den Klausurblock. Informationen zur Zulassung, eine Anleitung, aber hier die Klausur selbst, die ist natürlich erst dann freigeschaltet, wenn es soweit ist. Am Ende eines Moduls können Sie hier die Evaluation zum Modul ausfüllen und ich denke, das Ganze ist mehr oder weniger selbsterklärend.